So, hallo, wir machen weiter. Bye, things! Letztes Mal haben wir dieses Hardtimes-Level geschafft und noch den Mond mitgenommen. Jetzt gucken wir, welcher Weg wieder in eine Sackgasse führt. Ich glaube, es war der hier. Genau. Dann haben wir hier nämlich jetzt das Level... Oh, was? Glitch Abuse. Uh, okay. Okay, ich bin gespannt, was er jetzt hier von mir verlangt. Ja, let's go. Okay. Okay, da muss ein Yoshi raus. Da kommt auch ein Yoshi. Ui, der wird unsichtbar. Ja, jetzt sitze ich auf einem unsichtbaren Yoshi. Okay, jetzt schauen wir mal. Also, wir verstehen ja das, ne? Wir verstehen das ja. Jemand, der das jetzt spielt... Wir tun jetzt mal so, wie wenn wir jemand wären, der das spielt und diese Glitches nicht kennt. Dann bekommt er aber die Münzen, um eben zu erfahren, was er tun muss. Weil dadurch, dass ich jetzt auf dem unsichtbaren Yoshi bin und von dem abspringe, geht es mich jetzt durch die Mancha da durch. Und jetzt denkt sich jemand, der das noch nie gespielt hat. What the heck is going on? Okay, das könnte interessant werden. Ich bin mal gespannt, was er noch so alles eingebaut hat, was wir kennen vor allem. Na? Uff. So. Na, zu bald. Ah, ich darf ihn nicht nehmen. Ich setze ein State, wenn ich auf Yoshi bin. Ich will hier, ich will hier jetzt nicht mich lange aufhalten. Sondern mehr vom Level sehen. So. Ah. Okay. Ach so. Ja, klar. Da unten fällt man dann durch und dann kommt man oben bei dem grünen Ding wieder raus. Ja, oder so. Aber das hat er ja schon öfter benutzt. Hilfe. Okay, dann muss ich da unten durch. Wie gesagt, ich schaue mir das jetzt erstmal mit States an. Und wenn es dann machbar aussieht, können wir es ja ohne spielen. Aber ich muss erstmal den Aufbau verstehen. Okay, dann falle ich da durch. Passt soweit für mich. Nicht mitnehmen. Ja, der ist gut. Der ist okay, der State. Der ist voll in Ordnung. Ähm. Was ist jetzt passiert? Achso, Yoshi hat schon was gegessen, ne? Deswegen wird er da oben zu Yoshi. Aber, mhm. Was soll ich da tun? Irgendwie muss ich die da losschicken, die Shell. Aber ich weiß noch nicht, wie. What? Genau deswegen will ich hier mit States arbeiten. Weil ich erstmal verstehen muss, was hier überhaupt los ist. Achso, das Irgendwut muss ja Yoshi da oben groß werden. Ach, ich dumm. Hab's verstanden. Damit die, damit die Kugel nicht so schnell kommt wahrscheinlich, ne? Ja. So wird die Kugel aufgehalten, die da runterfällt. Verstanden. Ach, komm schon. Könnt ihr euch wahrscheinlich einfach auch die Shell essen? Ne, wahrscheinlich nicht. Jetzt schaffe ich es nicht mehr, das hochzuwerfen. Was zur Hölle ist los? Geht doch. So. Was kommt jetzt? Ducken, oder was? Runter und hoch? Was, was, was willst du? Ach, ich soll geduckt da ranspringen, oder wie? Ne, hä, hä, was? Ah, doch, ja, ich soll geduckt da ranspringen. Ich warte ja nur drauf, oh Mist, jetzt ist das andere Ding weg. Ich warte ja nur drauf, dass ich, dass ich gleich hinter der Wand kletterte, also hinter dem Level klettern darf. Aber jetzt ist der Ding weg, das ist jetzt schlecht. Ja, das ist schlecht. Ach so, weil ich mit dem mitfahren muss. Den habe ich gar nicht, siehst du, den habe ich gar nicht realisiert. Ups. Okay. Ah, okay, dann kommt das Durchdrehen. Das ist natürlich auch ein ganz normaler, typischer Gletsch. Also, für uns bisher keine Zauberei hier dabei, ne? Wir verstehen das alles. Jemand, der das so noch nie gesehen hat, der denkt sich hier nur, was zur Hölle passiert hier? Ich frage mich halt auch, ob man, wenn man jetzt nicht weiß, wie die Glitches funktionieren, ob man dann wirklich checkt, was man machen muss. Aber dafür sind ja eigentlich die Hinweise da. Also, ich denke schon, dass man es checkt. Also, da drüben muss ich mich jetzt halt durchdrehen. Aber das sieht man auch. Er zeigt an Ducken und er zeigt an blaue Münze. Jetzt muss halt nur jemand, der das nicht kennt, verstehen, dass das nicht sofort funktionieren muss. Sondern manchmal muss man halt öfter drücken. Na, aber das... Na, der denkt jetzt, hä? Aber ja, dann passiert das schon. Was passieren? Das war blöd. Dann passiert da schon, was passieren soll. Hui. Ah, Menschenscanner. Aber das Wasser verfehle ich immer. Äh, was heißt das Wasser verfehle ich? Den Stein verfehle ich da unten. Dass ich den Stein verfehle, ist doof. Das hat mit dem Glitch ja nichts zu tun. Bin ja einfach nur blöd. Geht doch. So. Und jetzt laufe ich da hinten einfach hoch. Genau. Genau. Und dann haben wir hier den Midway. Schön. So, was ist das? Also, es lädt den Midway neu. Okay. Gut. Also, wir werden nachher, wenn wir das Level durch haben, nochmal gucken, ob er den Anfang auch ohne Stage hätte spielen können. Jetzt erst mal so. So. Was willst du jetzt von mir? What is going on? Ach so, wieder unsichtbar, Yoshi. Ja, mhm. Jetzt hat aber gar nichts ausgelöst. Äh, okay. Nein, nicht laden. Trottel. Hier sind wir. Ah, ich check noch nicht ganz. Was ich tun soll. Was ich tun soll. Ich mein, da ist noch eine gelbe Münze, aber von da oben abspringen ist zu bald, ähm. Weil der fällt ja gleich, hä? Hä? Woran ist die Shell da irgendwie durchgerasselt? Ich weiß nicht, was ich jetzt anders gemacht hab. Jetzt ist, jetzt jasselst du durch, aber ich scha... Hm. Ah, okay, doch so. Doch so. Gut. Ich hab's... Okay. Es ist schon so, wie ich's gedacht hab. Es dauert nur länger, bis ich... Ja, okay, alles klar. Was, was, was soll ich... Was, 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 was ist jetzt dein Problem? Soja garantiert nicht. Ah, jetzt soll ich da unten drauf landen, okay. Das hat mit dem Glitch jetzt noch nicht so viel zu tun. Ah, dann das Bindschirm oder was, oder wie, oder wo? Ah, durchdrehen. Okay, dann muss ich dann durchdrehen und dann geht's wieder mit Fliegen weiter, okay. Ich glaube, der Glitch hier soll sein, dass man... Wobei, es ist ein Glitch. Ich versteh noch nicht, was da jetzt der Glitch dran ist. Und vielleicht soll die Stelle auch jetzt einfach kein Glitch sein. Ich weiß es nicht. Ups. Ja, das ist auf jeden Fall ein... Da ist einfach schon wieder das Ziel. Yo. Aber seht ihr, was ich meine mit... Mit Save-States sind die Level einfach... Furchtbar kurz. Ich muss noch irgendwie stoppen. Aber ansonsten haben wir's. Also da brauche ich doch jetzt auch kein State... Also ganz ehrlich, das machen wir doch jetzt ohne State. Alles, was dazukommt, ist der Abschnitt. So, und ansonsten bin ich direkt wieder bei der Feder. Ich muss noch hier irgendwie stoppen, noch. Da muss ich noch einen Stoppen hier überlegen. Aber ansonsten läuft das doch. Aber schade, dass wir nicht im Hintergrund klettern. Ich hätte jetzt eigentlich mir echt bei so einem Level noch gewünscht, dass dieser im Hintergrund klettern Glitch kommt. Weil das ist doch so der beeindruckendste Glitch überhaupt. Jetzt von... Von den regulären Glitches in Anführungszeichen. Nein, nicht dumm! Also, finde ich, keine Ahnung. Ich finde... Den fand ich schon damals halt cool. Und das wäre hier super leicht zu implementieren. Da müsste der nicht mal so viel Kram machen. Aber gut, vielleicht ist ja das Ziel auch noch gar nicht das Ziel. Kann ja sein, dass es noch einen Glitch mit dem Ziel gibt und dann geht's noch weiter. Aber bis dahin spielen wir jetzt auf jeden Fall ohne States, weil das ist... Das ist halt jetzt wieder gefühlstechnisch, wo ich sage, nee, ne? Bis dann schaffe ich es auf jeden Fall. Das wäre einfach fies gegenüber dem Level, das nicht zu tun. Ich weiß, Level haben keine Gefühle-Counter. Ich weiß, Hex auch nicht. Ich weiß. Aber man kann es ja trotzdem personalisieren. Nein! Ach, komm. Super. Was war das denn für eine Aktion? Ach, komm schon. Ach, komm schon. zu knapp zu knapper nein so auch nicht so auch nicht ich komme nicht mehr auf den cooper drauf was gibt es doch nicht danke wie stoppe ich den vielleicht indem ich komplett aus der flugphase rausgehe hmm 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 Das könnte eigentlich auch funktionieren. Wow. Tschüss. Nein, so hoch. Nein, so hoch. Ja, so in etwa. Genau so in etwa stelle ich mir das vor. Genau. Das sollte funktionieren. Yes. Genau so. Kein Mond, ne? Nichts zu sehen von dem Mond. Okay. Kommt noch was mit einem Glitch oder nicht, ist die Frage. Hat er noch was eingebaut? Naja, da ist nichts mehr. Okay. Dann probieren wir jetzt nochmal den ersten Teil ohne Glitches. Weil so schwierig war das jetzt nicht eigentlich, ne? Also, wer das nicht sehen will, Video ist für euch hier zu Ende. Ich werde kein neues Level mehr anfangen. Ich werde jetzt mir noch gleich zehn Minuten oder so nehmen, um noch den ersten Teil zu probieren. Weil es war echt kurz. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass die Stelle, wo man das Yoshi hochwerfen muss, dass ich da ein paar Mal Probleme bekomme. Und halt ansonsten so in der Masse, ne? In der Masse der, der Optionen. Aber ansonsten sind die einzelnen Sachen eigentlich nicht schlimm gewesen. Es ist halt, alles am Stück ist halt immer das Problem, ne? Das ist ja das, was das ausmacht. Aber so, ah! Aber so grundsätzlich... Sollte es eigentlich machbar sein. Ja, ähm... Ich glaube, da ist es am schlauesten. Man springt erst auf den drauf und wirft dann das Yoshi hoch. Nicht alles gleichzeitig. Man hat ja doch genug Zeit, bis die Kugel kommt. Die, 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 die... Aber wie gesagt, schade, dass man nicht nach hinten klettern durfte. Das wäre eigentlich doch was, was man hier noch definitiv hätte einbauen sollen. Das ist... Also, wenn ich Glitches vorführen will, dann gehört der für mich sowas von dazu. Weil der halt... Das ist einfach der beeindruckendste. So plötzlich ist man hinten. Und klettert das komplette Level durch. Das ist so cool. So, für uns war jetzt überhaupt nichts. Spannend ist dabei. Wir haben alle Glitches schon gekannt. So. Mist. Aber interessante Idee auf jeden Fall. Ja, genau. Genau so. Also, das geht. Das geht. Also, die Stelle, von der ich dachte, sie wird schlimm, ist gar nicht so schlimm. Wenn ich nämlich erst auf den Koopa springe und dann das Yoshi hochwerfe, ist das gar nicht so koordinationsschwierig. Ja, gut. Nein! Und das Essen vom Yoshi stoppt ja auch noch den Koopa, ist mir gerade aufgefallen. Äh, das Essen... Also, dass der Yoshi ist. Dass der Yoshi groß wird. So. Das Wachsen vom Yoshi stoppt den Koopa, der da entlang rutscht. Seht ihr das? Zack. Sonst würde der nämlich weiter rutschen. Aber auch das würde man, glaube ich, noch schaffen, oder? Der hat jetzt nicht so gewirkt, wie wenn es unmöglich wäre, da hinzukommen. Ach, dieser... Okay, bisher ist dieser Manche da an der Stelle, was mich am ehesten aufhält, Lul. Hätte ich auch nicht gedacht. So. Ja, okay. Wenn man es nicht... Ja, wenn man es ein bisschen verfehlt, geht es nicht so gut. Aber ich glaube, es müsste grundsätzlich möglich sein, den noch zu erwischen. Ich dachte erst, der Yoshi soll die Kugel von oben aufhalten, aber der Yoshi soll wahrscheinlich gar nicht die Kugel aufhalten, sondern eben den Koopa stoppen. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Na, jetzt habe ich es ja noch gesehen. Ja, schön. Okay. Wir haben es. Das war es schon. Das war es auch schon. Easy. Easy. Okay, prima. Dann war das jetzt mal ein etwas kürzerer Part, aber ist okay. Wir werden auf jeden Fall nicht zwei Level in einem Part machen, das funktioniert nicht. Aber wir können gucken, wo es das nächste Mal weitergeht. Jetzt sind ja nicht mehr viele Wege übrig. Wobei, erst mal kommt After... Ah, After Dark City. Da war was von der roten Tür. Hm. Jetzt können wir mal wieder einen der wenigen Hinweise, der uns noch bleibt, nutzen. Wir haben noch als Hinweis, Red Door, After Dark City, be ready. Keine Ahnung. Und Leaf Bourbon House. Und Over the Ending of Yoshi Overdrive. Yoshi Overdrive haben wir auch noch nicht gefunden. Das sind so die, die ich noch nicht ausgelöst habe. Ach ja, und things.smc2 muss ich noch öffnen. Genau. Ansonsten haben wir bisher alle Tipps genutzt. Finde ich gut. Finde ich gut. Ja, wir bewegen uns aufs Ende zu. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss. Tschüss.